so wir probieren es ein neues mal ein weiteres mal was haben wir denn eigentlich also hopper brauchen wir für eine stelle dann starten wir mal mal auf so steineck wir starten am operluft dann geht es weiter schaffe der feld das ist hier unten so dann geht es weiter runter nach steineck sehr wahrscheinlich ich nehme die mal raus steineck ist ja dies hier und das ist ja steineck fest ok dann müsste das eigentlich funktionieren oder nicht das müssten ja eigentlich genau die rute sein die wir hatten probieren wir es mal probieren wir es auch noch machen so gut also hallo ist wir sind sicher dass ich dachte ich okay kein problem Ich brauche eine Fahrkarte. Geht das schon wieder los? Woche, Student. 16 Euro, ja. Danke. Ja, das waren so nicht so viele Personen. Nächster Halt, Dr. Julius-Matchner-Straße. So, der muss halt links raus, links abbiegen. So. Fahrkartenautomat, komm mal her wieder. Tschüssi. So, 18,20 Euro willst du haben. In der Gasse. So, hier geht's drüber. Ja, alles gut. Warum springst du gerade? Ich frage mich so vor, dass er Feierabend hat. Ah, hier ist wieder ein Kollege. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Willst du? So. Danke. Danke. Boah, ich war das gerade eigentlich. Mit dem langen Bus ist das extrem schwierig da, bei diesen engen Kurven. Dann fahren wir hier mal langen. Flüsterig. So. Tag, Standard. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Vielleicht doch, ja. Tag, Senior. Achso, du willst auch noch eine. Du willst ja auch noch eine. Haben Sie den schon zu spielen? Da kann man aber schon eine Fahrkartenkontrolle machen. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Klar. So. Hier, bitte. Augenblick. Da. Na klar. So. Du hast auch eine, sehr gut. Oh. Tut mir leid. Hier. Na klar. Hier, Augenblick. Da. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Ich will der Lecker gar nicht sehen. So. Eine Fahrkarte. Eine Schwarzfahrer haben wir. Das sind wieder 120 Euro, die wir dazu verdient haben. So. Nächster Halt. Hohlstraße. Mhm. So. Ein bisschen aufpassen. Hohlstraße ist die nächste. Die nächste links ist das jetzt hier wahrscheinlich. So. Nächster Halt. Hohlstraße. Absolut pünktlich. Danke sehr. Ja. Perfekt, ne? Haben wir die Zeit schön aufgeholt. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Woche Senior. Danke. So. Nächster Halt. Koto. Reichecker. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Da sieht man gerade jetzt erstmal wie lange der Bus überhaupt so ist. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. So. Fahren wir mal ein bisschen in der anderen Perspektive. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ei, 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 ei. Ich bin mal wieder dran gekommen. Ich sage ja, der Bus ist zu lang. Ziemlich lang. 1200 Euro verloren wegen einer kleinen Kollision. Ja, das ist ja gar nicht. Aber wir haben ja verdienen genug wahrscheinlich mit der Route. Dass es eigentlich nicht mehr ins Gewicht fallen dürfte. Das hört auch die volle Halterstelle sein sogar schon. So. Warte, das ist ein Zug gerade durch. Hier muss ich raus. Na hier nicht. An der Haltestelle. So. 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 Pünktlich sind wir. Hm. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Tag. Standard. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. So. Eine Tagfahrkarte. Standard. Und eins. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzel. Standard. Okay. Wieso zahlt man 2,20 Euro mit einem 10-Euro-Schein, ne? So. Ich probiere nochmal. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist die Fahrkarte. Und hier ist die Fahrkarte. Ich will die oft genug sehen. Na. Hier bitte. Oh nein. Hahahaha. Ich schiebs Augenblick. Da. Hier bitte. So. Gut. 2,502 haben wir schon mal wieder. War nicht die eine Seite der Schilder, aber dann ist die nächste wahrscheinlich danach die... Ja, müsste eigentlich... Nächster Hall, Steinegg, Kirche. Genau, pünktlich. Mhm. Genau, sitz euch hier, ich hab euch auf dem Schirm. Sie haben meine Fahrkarte? Hier ist die Fahrkarte. Klar. Warte mal. Gut. Na klar. Ich hab' ich noch nicht gesehen, okay. Perfekt. Alle Fahrgäste haben... Ja, oft zu nerven. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Sehr oft. Das war so ein Zulatter. Die Frage ist, wie oft kann man die Fahrgäste immer nach... Nach der Fack hatte Fragen, bis vor sie so richtig genervt sind. Steigen die dann irgendwann nach aus, haben die keinen Bock mehr. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Dann müsste es eigentlich mal ausprobieren. So. Dann glaube ich, dass das jetzt endlich die Lösung für die... So. Alle raus wie durch. Ich hab' Feierabend. Naja. Geht eher mehr auf den Nüsse. Könnt ihr mit dem Bus sich mal sauber unterhalten? Das sind bestimmt die gleichen, die... Ja. Ja. Einen Schatz verpasst. Ja. Okay. So. Gut. Einen Schatz. Immer noch nicht. Steineck oder Hauptbahnhof. Einmal mal. Einen Schatz. Einen Schatz. Einen Schatz. So, ich nutze Fahrer, um bei einer Strecke mit 8 Max über 8 Haltestelleneinkommen zu generieren, die verbindet. Hopp und warte. Wie funktioniert das denn? Jetzt muss ich auf jeden Fall mal in der nächsten Folge probieren wieder nochmal. Ah, la 8. Das müsste ja irgendwie funktionieren. Okay. So, muss hier? ich frage jetzt welche strick ist das ist ja die ich guck gerade mal welche das ist das ist die gleiche die dir auch uns nimmt ich frage jetzt welche stricken nimmt er ich glaube es ist jetzt nicht der hauptbahnhof ist klar da bin ich jetzt auch drauf gekommen zimmermanns tor hauptbahnhof ist die hier steinek ost hier den wanderroute welche route steinig aus der fängt hier unten an ost west kirche dann die steiniger gehöft dann hoch zur hohe straße nämlich diese hier dann über den flüsterweg warte mal hier flüsterweg dann julius matschner straße das ist diese hier und dann nimmt er den hauptbahnhof das könnte diese sein so da müsste der eigentlich diese straße runter fahren und die fahren wir dann in der nächsten folge